Willst du wissen, mit was für Problemen sich Querschnittgelähmte teilweise rumärgern müssen, die mich persönlich auf dem Weg zurück ins Leben bisher ausgebremst, aber noch lange nicht aufgehalten haben? In diesem Video erzähle ich euch von meinem größten Leiden. Hey, willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Dieses Video ist leider etwas verspätet. Eigentlich sollte es Samstag kommen, aber ich habe das so nicht hingekriegt. Bei mir passiert gerade eine Menge. Heute möchte ich euch mal etwas über ein für mich sehr leidvolles Thema erzählen, welches mir schon etliche Qualen bereitet hat und mich trotzdem von meinen Zielen und Träumen nicht abhalten wird. Und zwar ist es das Thema Spastik. Spastik sind unkontrollierte Muskelzuckungen, die aufgrund von Defekten im Nervensystem entstehen können. Am besten lässt sich sowas vergleichen, wenn man kurz vorm Einschlafen ist, der ganze Körper einmal zuckt und man danach wieder hell warst. Das habe ich nur sehr viel stärker und wen es interessiert, in die Beschreibung packe ich dann einen Link, wo es genauer beschrieben wird. Die Spastik kann echt nützlich sein. Sie sorgt zum Beispiel dafür, dass die Muskeln nicht zu sehr abbauen durch die Muskelkontraktion, also die Bewegung in den Muskeln selber. Sie sorgt dafür, dass das Blut gut durch den Körper zirkuliert. Sie sorgt dafür, dass einige Leute stehen können, einige Leute greifen können. Sie sorgt auch dafür, dass man nicht so anfällig ist für Druckstellen, also für Dekubitusse. Zu dem Thema Dekubitusse mache ich vielleicht nochmal ein Video. Jetzt ist erstmal das Thema Spastik dran, also weiter im Text. Das Thema Spastik hat für mich eigentlich recht harmlos angefangen. Also es hat erst der rechte Ringfinger gewackelt, das sah auch am Anfang noch ganz lustig aus. Als es dann langsam durch den Körper gezogen ist, bis in die Beine, war es dann nicht mehr so lustig. Es wurde immer stärker und immer stärker. Ich habe extreme Qualen mittlerweile erleiden müssen und zwar habe ich zum Beispiel mitten in der Nacht angefangen gegen die Wand zu treten. Das ging dann gute drei Stunden so, wo ich immer wieder mal nur etappenweise gepennt habe. Am nächsten Morgen habe ich einen halben Fußball, einen großen Blutfleck an der Wand gehabt und ein ordentliches Stück Tapete im Knie. Ich bin zum Beispiel dann auch mal am Bahnsteig fast aufs Gleis gefangen. Ja, hätte ich nicht im letzten Moment jemanden gehabt, der mich von hinten festhält, wäre ich unten gewesen. Ich bin nachts durchs Bett gewandert und im wahrsten Sinne des Wortes durchs Bett gewandert. Also ich habe sie dann irgendwann am Bettende fixiert, die Beine, sodass sie sich nicht mehr lang machen konnten. Ja, Pustekuchen, dachte, habt dann Ruhe. Nee, irgendwann hat die Spastik gelernt, okay, dann machen wir nicht mehr die Füße lang, wir machen dann einfach mal die Oberschenkel lang. Dementsprechend bin ich dann schön irgendwann diagonal im Bett aufgewacht, beziehungsweise ich war dann diagonal im Bett aufgewacht, bin ich ja schon durch das ganze Zucken und musste den Pflegedienst holen, so nach dem Motto, lagert mich mal um. Mit das Krasseste an der Spastik waren die rasenden Kopfschmerzen, die ich irgendwann entwickelt habe. Das war so schlimm, dass ich durch diese Verkrampfung einen Blutdruck von über 200 hatte und man, ja, das Gefühl hatte, dass die Leute mit einer gusseisernen Pfanne immer schön auf den Kopf reinbretten. Also das hat mich richtig fertig gemacht, aber das Schlimmste an der Sache war dieser erhebliche Schlafmangel. Du hast in einer Nacht nicht durchgepennt, du hast in der nächsten Nacht nicht durchgepennt, du hast danach nicht durchgepennt. Wenn das hochkommt, hast du vielleicht mal zwei Stunden die Nacht gepennt, bist am nächsten Tag aufgestanden, hast deine Schule gemacht, hast deine Arbeit gemacht, bist nach Hause gekommen, warst fertig, konntest noch nicht ins Bett, musstest noch warten, hast gewartet, bist ins Bett, bist eingepennt. Das gleiche Spiel von vorne, eine Stunde später bist du wieder wach, weil die Beine zucken, dann schläfst du wieder zehn Minuten, dann bist du wieder wach. Und das geht so ewig weiter. Natürlich ist aufgrund des Schlafmangels irgendwann die Psyche auch im Arsch. Tablettenmäßig war ich mit Tolparison, Dantamacrin und Baclofen auf dem Maximum angekommen, was möglich war. Zwischenzeitlich hatte ich dann auch nochmal Diazepam und so, was aber dann irgendwann nicht mehr gewirkt hatte und ich fressen konnte wie Vogelfutter. Bei der Spastik hilft natürlich auch das Cannabis, dem allseits beliebten bzw. bekannten Kiffen. Wobei man natürlich das Cannabis auch anderweitig zu sich nehmen kann und nicht unbedingt rauchen muss. Das Kiffen wurde mir schon von allen möglichen Seiten während meiner Reha-Mahe getragen und sagten dann, Sascha, rauch mal ein, es hilft. Doch selbst mit Cannabis gab es Grenzen und es fing an, mich zu sehr auszubremsen, ohne einen richtigen Nutzen. Dementsprechend hatte ich dann das dann auch beiseite gelegt. Auf das Thema Cannabis komme ich aber in einem anderen Video zurück. Es gab dann leider für mich nur noch eine Möglichkeit, um mit der Spastik klar zu kommen und das ist die Intratekalpumpe. Das ist eine Medikamentenpumpe mit Verbindung direkt ins Rückenmark, wo das Medikament Baclofen an die Bruchstelle bzw. an die Defektstelle im Rückenmark abgegeben wird. Und dort der Wirkstoff dann natürlich mit weniger Dosierung viel mehr Nutzen bringt. Ich habe damals zum Beispiel 4x25 Milligramm Baclofen täglich zu mir genommen, also 100 Milligramm. Jetzt habe ich aktuell 21 Milligramm für vier Wochen. Das ist mal ein hoher Unterschied. Einen Link zu der Pumpe packe ich euch dann mal in die Beschreibung. Da könnt ihr mal genau nachschauen, was die Pumpe bewirken soll und wie sie eingesetzt wird. Ich habe echt lange überlegt, ob ich mir so ein Gerät einpflanzen lassen soll. Schließlich ist das ein Eingriff und mit erheblichen Risiken verbunden. Die Rückenmarksgeschichte ist halt die Autobahn zum Gehirn und da sollte man nicht unbedingt dran rumspielen. Ich kenne da jemanden im Krankenhaus, den haben sie ja auch ein paar Mal fast hops gehen lassen bzw. Er ist aufgrund von irgendwelchen Fehlern hinsichtlich der Pumpe und der Bedienung, der Befüllung, was auch immer, ist am Helmholtz auf der Intensivstation gelandet und konnte noch gerade so die Kurve kriegen. Im Januar 2014 war ich dann zum ersten Mal an dem Punkt, wo ich es einfach nur noch probieren wollte. Mit der Pumpe, ich konnte nicht mehr. Ich war am Ende meiner Umschulung zum Bürokaufmann angekommen. Und es war einfach der beste Zeitpunkt, um mal sich dem Problem zu stellen und um nach der Umschulung für den Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen. Das erste Problem tauchte dann ja zwei Wochen nach der Pumpenimplantation auf. Ich musste notoperiert werden, Verdacht auf Blinddarm. Da ich übelste Bauchschmerzen hatte und nichts mehr ging, das auf den Kreislauf geschlagen hat. Ja, Blinddarm war es nicht. Er war zwar leicht gereizt, aber ich hatte halt rasende Bauchschmerzen. Sie konnten sich auch nichts erklären. Dementsprechend haben sie den umsonst rausgenehmen und ich habe die Prüfung verpasst. Da ich leider zwei Stunden zu spät da war, konnte diese aber natürlich dann eine Woche später nachholen zum Glück, sodass ich keinen wirklichen Zeitverlust hatte. Während ich dann fünf Wochen keine Medikamente mehr zu mir nehmen musste und die Spastik sehr schön entspannt war, kam sie dann umso heftiger zurück. Ich habe wieder angefangen mit den Tabletten nehmen. Die Pumpe wurde dauernd weiter gesteigert. Ich musste noch zweimal ins Krankenhaus rein. Dann haben sie nochmal getestet, ob die Pumpe überhaupt funktioniert. Haben das eine Mal mich nur wegen der Dosissteigerung da gehabt. Im September war es dann soweit, ich bin morgens aufgewacht, ich hatte übelste Schmerzen im Bauch, die aus dem unteren Bauchraum, dort wo ungefähr die Pumpe eingepflanzt war, Richtung Herzen gewandert ist und sich beim Herzen festgesetzt hat. Ja, ich habe Panik gehabt. Ich habe richtige Panik gehabt, es tat richtig weh. Ich habe angefangen zu heulen. Ich habe die Augen irgendwann geschlossen und habe nur noch gesagt, okay, Sascha ist gleich vorbei, sieh bloß nicht scheiße aus. Also in dem Sinne, ja, ist für mich dann eine Welt zu Ende gegangen. Ich bin zum Glück eingeschlafen und gesund wieder aufgewacht, beziehungsweise ohne Schmerzen wieder aufgewacht. Das war mir aber eine Lehre, weshalb ich gesagt habe, die Pumpe muss unbedingt raus. Ich habe es dann auch, nachdem die Pumpe Ende Oktober oder Anfang November herausgenommen wurde, habe ich es dann auch wieder mit Tabletten probiert. Es hat dann auch komischerweise geklappt. Eine ganze Zeit lang wurde dann nur wieder immer stärker. So musste ich mich dann doch nochmal einer Operation unterziehen und mir eine zweite Baclofenpumpe einsetzen lassen, da es einfach nicht möglich war, damit zu leben und ich auch nicht mehr leben wollte, muss ich ganz ehrlich zugeben. Es war der Horror für mich. Es war richtig der Horror. Jetzt habe ich seit September letzten Jahres die Pumpe wieder... Ja, die Spastik ist erheblich gedämpft. Wie ihr jetzt sehen könnt, die Finger sind am Hin- und Herwackeln. Und was am heftigsten ist, schaut euch mal an, wie die Beine da am Rumzappeln sind und das Zappeln und das Zappeln und das Zappeln. Zum Glück habe ich das jetzt nicht mehr den ganzen Tag, sondern meistens nur noch morgens und abends und zwischendurch mal kurz, sodass sich damit eigentlich gut leben lässt. Dennoch bin ich demnächst wieder im Krankenhaus und werde mal die Dosis erhöhen lassen. Alles wird gecheckt. Verdacht auf Wirbelsäulen bzw. auf Bandscheibenvorfall. Gucken, ob die Pumpe funktioniert etc. pp. Ja, so ist das leider mit der Gesundheit. Man steckt nicht drinnen, aber man ist mittendrin. Ein gutes hat die zweite Pumpe auf jeden Fall. Seitdem die Spastik erheblich gedämpft ist, kiffe ich nicht mehr. Ich kiffe nicht mehr, ich kriege was auf die Reihe. Ich kann meine Zukunftspläne wieder voll in Angriff nehmen, bis auf jetzt mal eben so einen kleinen Krankenhausaufenthalt. Aber hey, ist doch irgendwie wie Urlaub. Ich kenne die da alle. Ich habe mein entspanntes Leben dort. Es ist natürlich ein bisschen langweilig, aber ich werde die Kamera mitnehmen und dann schauen wir mal. Das Leben ist halt kein Ponyhof. Es lässt sich manchmal nicht ändern, nur das Beste draus machen. Ich mache das Beste draus. Ich werde meine Wünsche und Ziele verfolgen. Wenn ich ausgebremst werde, ist es so. Und wenn ich mit Vollgas vorangehen kann, ist es umso besser. Wie sind eure Erfahrungen mit Spastik, mit anderen Krankheiten? Lasst ihr euch davon ausbremsen? Habt ihr Stillstand im Leben? Arbeitet ihr hart an euren Zielen? Habt ihr überhaupt Ziele? Schreibt es mir mal in die Kommentare, interessiert mich. Mir fehlen übrigens noch 5 Fragen für das Frage-Antwort-Special. Ich wollte 10 Fragen zusammen haben, damit es sich wirklich lohnt. 5 fehlen mir noch. Also, wenn ihr Fragen an mich habt, schreibt es mir auch mal unten rein. Damit bin ich nun am Ende angekommen, wenn ihr mehr über mein Leben mit Handicap, den Problemen und das, was man noch so erreichen kann oder auch erleben kann, erfahren wollt, dann abonniert doch den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Es kommt übrigens Samstag. Dann kommt wieder eins Montag. Und dann Donnerstag. Also, bis dahin. Cheerio. Was ich auch nicht mehr wollte, weil ich am Ende meiner Umschulung war, ich hab die Umschulung zum Bürokaufmann, ja, quasi schon beendet. Bäh, doppelt, dreifach, vierfach, boah, Mann, Alter. Was ist die Spastik überhaupt? Ich kannte das bisher, naja, was heißt, was ist die Spastik, ha- Bäh, jungsweise da vorgebogen, bäh, vorgebogen. Und das war die Integra, Inter, Intratekal, 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 Intratekal. Mann, ey, was für ein scheiß Wort. Rektal, Anal, Pumpe, ja. Rektal, Anal, Pumpe, ja.